Ok, wir haben ja von außen schon gesehen, ein Löwenartiges Scheußer, wie kommt ihr dir bekannt vor, der Typ? Bekannt vor, äh, oder kenne ich den? Naja, ist auch egal. Großen Gegner zu Fall gebracht, dafür gibt es das Großschwert der Verpflanzung, der sollte doch eigentlich vom Godre kommen. . Das ist ein